Hey Leute, willkommen zum nächsten Part von Life is Strange. Wir sind jetzt bei Frank. Wir gucken sich nochmal ein bisschen umwürdig zeigen. Stop, Pan Estates. Dank der örtlichen Industrie sind die Küsten Arcadia Bay ungeeignet für Fische, Vögel und sogar Wale. Es wird Zeit, das Bauprojekt Pan Estates zu verhindern, das zur Zerstörung von Jobs, Leben und Ressourcen führt. Schließen Sie sich dem friedlichen Protest vor dem Hauptsitz von Pan Estates an. Mit Ihnen und Familien willkommen. Okay, dann haben wir hier das Schild. Naja, mit dem Leuchtturm. Ansehen. Oh, das hatten wir schon. Den anderen Wall haben. Foto. Achso, es ist alles dasselbe. Okay. Wir wollen uns erstmal um, bevor wir reingehen. Behold, Frank's beer garden. Take the trash out sometime, dude. This is where Frank ponders his existence. And gets drunk. Haben wir noch irgendwas, wo wir uns jetzt angucken können? Frank doesn't need tinted windows, when they're this dirty. Dann haben wir auch noch ein Schild. Gut, dann gehen wir jetzt mal rein. Ah, futternlapfen wir auch noch hier. Nehmen wir rein, das soll ich sagen. Oh, schau, die Wunder, Twins. Du solltest du allein gekommen sind. Sie ist mein Partner. Ja, unser Bodyguard. Also, wir gehen zum Geschäft. Wo ist mein fucking Geld? Uh, Geld geben. Oh, I thank you. Oh, I thank you. That wasn't so hard, now was it? And let's not do any more business again. Now, if you excuse me. Frank? Could we ask you a couple quick questions? You have some serious lady balls. No. Jesus, okay. Okay. But I'm not getting you high. Frank, we're not here to get high. No. You don't look like the type. Not like Chloe here. So, what do you hearty boys want? Just the names of some of your clients. Oh, is that all? Oh, well, why didn't you just tell me? How about I just give you the keys to my RV while I'm at it? You don't get it, man. This is for a good cause. No, man. I do not get it. Especially from a weirdo like you. You know, I hate the way you talk to me like you, like you know more than I do. No, no, I'm not. I... Christ, I hate you Blackwell shits. You expect everything for free. You're not getting any handouts from me. I work for a living, you understand? Yes, Frank. Without those Blackwell shits as customers, you wouldn't have any work at all. Dude, you're a drug dealer. Yeah, right. Okay. Both of you are giving me a headache. No deal. Frank, we didn't come here to fight. This is so much bigger than us. Oh, yeah. You didn't come here to fight. A day after you pulled a fucking gun on me. I... I am so sorry about that. It might be the dumbest thing I've ever done. And I've done a lot of dumb things this week. Finally, I believe you. But don't ever aim a gun at anybody unless you intend to kill. Although you don't look like you could kill a bug. I... I try not to. And I never would have pulled the trigger. I was just... Dude, she was scared, all right? You pulled your blade on me. We were all freaked out. Now we're all cool. Please? Okay. We're cool for now. But my dog isn't. And if you try any shit, he will bite your head off. He's done it before. We're only here to talk. I wouldn't mess with your dog. Shit, you wouldn't have time. You like dogs? You like dogs? Hmm. Oh, Pompadour is so cute. The only way you know my dog's name is if you broke into my RV. That's how we got out. You did it. Are you crazy? That's my dog. Wait. That's not what... Seriously, Frank, don't get all spun out. We're only here to find Rachel. Rachel isn't in here. And I'll spin you on your ass. What the fuck are you dorks up to, huh? Trying to break into my business? This time, the price is wrong, skank. Calm down, Frank. Let's just talk. Don't ever tell me what to do. Whoa. Get off of me. Motherfucker! 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 Okay. 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 Oh god. Wie weit muss ich denn zurück bitte? Vor allem das dauert so lange Gott, wieso muss ich denn so weit zurück? Max, ich sollte wissen, dass du dich so nett und wiederholst. Also, erzähl mir genau was ich hier tun muss. Bitte, warte deinen Mund. Du hast hier keine soziale Fähigkeiten, und du wirst direkt auf Frank. Du magst das, nicht wahr? Okay, ich werde versuchen, zu sein wie du. Oder wie du warst. So, Geld geben, ja? Keine Waffen? Mhm. So, was willst du? Just the names of some of your clients. Oh, is that all? Ähm. Du verstehst nicht? Blablabla. Oh, nee. Ich muss schon wieder so weit zurück. Das war doch gar nicht die Frage bei dem Hund, Mensch. So, nochmal. Blablabla. So, sei vorsichtig. So. Blablabla. Geld geben. Tür schließen. So, haben wir das schonmal weg. Okay, da, du bist sicher. So, was willst du denn? Just the names of some of your... Oh, is... Ähm. Wo siehst du mich? Erst, hilf uns. Oder. Are you actually threatening me again, little girl? No, no, I'm not. Oh Christ, I hate you, Blackwell. Yes, Frank. Without those Blackwell shit... down, Frank. Let's just talk. Don't ever tell me what to do. Whoa! Chloe! Get off of me! Motherfucker! You actually shot me! I wasn't gonna hurt you! Ah, this fucking hurts! Ah, it hurts! Chloe! You shot him! I know. You're both fucking crazy! What do you want? We... We just want the code for your account book. Now! You're fine! Whatever, just... Just put the goddamn gun down. You already shot me, alright? There. Now leave me alone, alright? Just... Just get out of my life! Do you want us to call an ambulance or... No, thanks. You know what? I'll manage somehow without the police. Oh, right. Let's bounce. Oh. Shit. This could have been way worse, but... Frank might be more dangerous to Chloe now. Yes, Max. You can change all this if you want. Yeah. We'll go further back. I don't have a chance to shoot. Let's go. Let's go. Let's go. So... Be careful. Be careful, Chloe. Be careful. So, das hast du schon Und schon wieder Schon wieder Ich versuche das letzte nochmal Wenn wir es nicht ohne anschließen schaffen Dann ist das eben so So Sei vorsichtig Geld geben Tür schließen So, das hast du schon Das haben wir alle schon Ich versuche das Ich versuche das Ich versuche das sehr nüsenz Aber das ist wichtig Ja, ja, alles ist wichtig Aber ich kann dir sagen, dass du mir nicht überraschst Es gibt keine Zeit für das, Frank Ich brauche nur ein bisschen Informationen Ja, 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 es beginnt immer nur ein bisschen Und Chloe hier Knows all about that Don't you Come on, Frank This isn't about me now Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Es war nur die richtige Sache zu tun. Ich konnte nicht so sehen, dass diese Schäden verletzten wie... wie schläfler. Das ist wie ich um Pompidou zu gewinnen. Das ist sehr cool, Frank. Ihr Kind ist Glück, du kamst. Vielleicht können wir uns auf Reschiehen, Rachel, jetzt? Rachel? Ist das warum du wirklich hier bist? Ja, wir sind so nahe zu finden, Frank. Wir brauchen all die Hilfe wir können jetzt. Especially von dir. Du und Chloe wissen nicht Rachel wie ich, und ich konnte sie nicht sogar helfen. Du bist so weit über deine Hände. Warum nicht du einfach spielen in deinem Clubhaus? Rachel sagte, dass sie dir eine von ihr Lieblingsfotos gegeben hat. Das zeigt, wie viel sie sich interessiert. Und du interessiert. Das ist warum du musst du helfen. Wie die Hölle wusste du von dieser Foto? Das ist meine Lieblingsfotos von ihr Lieblingsfotos. Ich kann es mir auf jeden Fall schauen, und sie wird immer da für mich sein. Ich kann es nicht verstehen, dass sie nicht wissen, wo sie ist. Ich kann es nicht hören, dass sie nicht hören, oder sie lachen. Ich kann es nicht hören, dass sie nicht hören, Frank. Bitte. Wir brauchen wirklich deine Lieblingsfotos. Wir brauchen wirklich deine Lieblingsfotos. Wir brauchen deine Lieblingsfotos. das hätte es nicht laufen können so ist es gut so ist das ein gutes ende also gute vorzeitung sehr sorry ihr versteht was ich meine leute optimal optimal gelaufen wir haben die waffe wieder und wir haben die information und keiner wurde angeschossen das ist optimal gut leute ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten part haut rein ciao und